Moin Leute! Willkommen zu Matterfall Part 10! Wir nähern uns auch langsam dem Ende von Matterfall. Wie gesagt, kein großes Spiel, keine große Sache für dieses Game. Und ja, wir versuchen das jetzt easy gechillt zu bleiben. Einfach durch zu speeden. Genauso wie in den letzten Hearts, als ihr euch noch erinnert. Das grüne Zeug, mit diesem grünen Zeug, die Bosskämpfe. Direkt kaputt, direkt kaputt, direkt kaputt. Habe ich mehr Leben bekommen, oder? Ich habe es auch nochmal, wie ihr seht. Das war's besser. Ich spiele auch normal, weiß ich nicht. Oh, da habe ich auch was anderes gekriegt. Ich weiß es nicht mal echt zu sehen. Kommt, was irgendwas ist, was das tut da? Oh, das sieht doch aus. Nevolite. Overcharge ready. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. So, um mich das zu nennen. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr, was ich nicht mehr so genau machen. Wahrscheinlich von der letzten Runde noch die haben wir auch einmal mehr wegbekommen, erscheint. Das ist es. Nein! Nein! Es geht schon wieder. Was ist das? Einmal? Und jetzt halt der letzten Folge, der sich noch erinnert. Naim, was machst du da? Was ist das? Es ist ein Moment. So, jetzt kann ich glaube ich gehen, oder? Jetzt kann ich noch mehr springen. Fuck you. Ich hab schon wieder geflucht. Ich hab's mit mir. Ich schlauze! Ich schlauze her. Wie ist das denn hier? Hier! Ach, das ist das nicht hier. So! Den Sie? Ah, das könnte ja das ist, dass wir hier kommen, ne? Multiplier up Multiplier down Multiplier up Multiplier up Multiplier down Multiplier loss Multiplier down Multiplier down Demi bem a death Multiplier down Multiplier loss Das ist nicht dein Ernst, ich drücke die ganze Zeit L1, wieso braucht das immer so 10 Jahre bis es geladen hat? Oh mein, verfickte Scheißen Reins, ey, für's hocke ich nicht hier 10 Stunden rum und arbeite hier, ey, jetzt kommt er raus, das kann man kurz, hat gesagt. Multiplier up, Multiplier lost. Er hat einen Scheißen, ey. Ach, gut, er wird hier schon einmal raus. Steakie. Komm, was denn das ist geliebend? Ja, das ist geliebend. clapping Oh, ist nicht so gegangen. Das ist diese Zahl aus. Also, das ist hier. Oh in Europa, das ist wirklich gesetzt. Das ist das. Und hier ist die Hase. oh Multiplier lost Health low Health low Health Low Multiplier Lost Alla Legal ished Ah, diese Steuerung von so einem Spiel. Ekk, was ist dein Ernst? Oh! Oh! Okay. Wo haben wir dann? Nein! Fuck ey! Fängt das schon wieder an. Ganz ehrlich, die restlichen normalen Videos wäre ich aufgestorben und ich habe übrigens jeden nochmal schnell die Zivilisten geholt, wenn du alle Zivilisten gefasst hast, dann kriegst du mehr Leben. Hallo! Wo bleibst du da? Das rassig doch mal! Das rassig doch mal!